und damit hallo und herzlich willkommen bei der klonen show ist mein kloben überhaupt oder auch genannt it takes to dreh du mal die zeit zurück vielleicht kann ich dann ja zu meinen zusammen da ist ja okay gut zu wissen das jetzt gemacht die puppen sind da reingefahren ich habe das ding zusammengebaut und irgendwie jetzt fällt zusammen danke vielen dank dass du mich hier tötest extra ja ich mache es noch mal zusammen wieder du musst das hier hinten zusammenbauen nicht bei dir ja das baut sich selber noch zusammen nicht nicht wenn du nicht da bist so dass in mehrere schiene ja geil genau das meine ich ja aber ich kann nicht selber und dann geht das ja nicht aber flitzen wie denn naja das geht ja wieder ja das geht ja die ganze zeit nicht was los was los ich wusste es ach warte mal ne 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 komm schnell hier komm schnell her komm schnell ich weiß mich nicht wie lange das geht und drehen um die zeit zurück ach so geht nicht nee was hier oben ich kann hier nicht zurück drin doch warte mal ich kann klonen hinsetzen moment ach ja und dann gehst du da durch mit dem klo so kommt schnell ja das sagte aber es ist sehr sehr intelligent dass der das sagt nachdem ich schon durchgelaufen bin so können wir da hoch aber wir können nicht auf die andere seite oder was ist das denn jetzt ja das ist zum drüber springen aber die frage ist wie sinnvoll ist das jetzt darüber ach so das wird wahrscheinlich am ende geöffnet nämlich an aber das bringt mir überhaupt nicht so da oben ist die uhr aber da komme ich nicht hin wieder kann ich nichts machen mit oder doch doch bin ich oben ach so hier oben kann man noch mal hatte passiert da unten jetzt irgendwas jetzt ist irgendwas aufgegangen und also das kannst du irgendwie wieder zurück machen die frage ist nur warte mal also du kannst hier wo wir reingekommen sind das ding kannst du zurückdrehen ja das da kommst du nicht mehr hin frage ist nur musst du dann auch irgendwas mit dem adler mache ich denke mal das hat jetzt nur mit dem haken zu tun was machst du ich gehe rüber jetzt auch den haken einfach von unten machen können aber es ist nicht so schön dann sehe ich nicht was da passiert ach das ist nur der hier oben ach so das ist aber ich wäre auch anders wieder zurückgekommen das ist doch blödsinn nein da hinten ist so ein knopf den button hast du denn gemacht da hinten ist noch einer ja wie soll ich denn da rüber kommen ja oder soll ich da mit dem warte mal wie wir uns der adler denn zusammen ja ich kann jetzt kannst du dahin gehen gehen mal bitte auf die brücke was bringt mir das ja weil ich den adler runter mache und dann wieder hoch mit dir drauf aber das wird wahrscheinlich gehen war so geht das nicht denn musst du erst mal kaputt machen dann können wir gucken ob der geht der von selber kaputt dann können wir gucken ob das funktioniert warte mal du musst da hinten drauf ich kann schon wieder nicht springen das ist zum kotzen geh mal auf ach jetzt bin ich sag doch dass ich jetzt von dem anderen aus stehe mann ey das kotzt mich an ich weiß ne das ist aber zu weit ne ich glaub der ist auch durchsichtig kann das sein dass das gar nicht geht dass du so nicht auf den warum läuft die jetzt schon wieder gehe ich von aus ja das problem ist ach warte ich muss festhalten jetzt jetzt geht's guck mach mal mach mal ja 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 jetzt ist er nicht mehr durchsichtig bei mir ja aber ich komme doch trotzdem nicht dahin ne 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 es ist trotzdem zu weit weg aber das ist so weit es muss irgendwas muss das mit dem mit der teleportation auf jeden fall zu tun haben ich habe oben auf den knopf gedrückt das heißt ja davon rede ich jetzt die ganze zeit das heißt eigentlich werde ich wahrscheinlich von oben aus weitermachen müssen es kann aber auch sein aber ich komme ja nicht so weit da rüber gesprungen ach warte mal geh mal bitte jetzt zu der brücke rüber an den rand und mach mal den klon dahin aber wohin hier ganz hinten in die ecke wo der adler ist ja dann knall ich ja warte mal doch hier kann ich einen klon machen ja geil ach so okay also mach mal hoch sollten jetzt ja die türen auf richtung gehen achter und die komme ich da auch irgendwie genauso wie ich auch mit springen ich weiß nur nicht was hier ach so die figuren die figuren sind nicht kaputt gegangen oder irgendwas ist hier auf jeden fall kaputt gegangen und mir gerade auf den kopf gehauen ach das war die ja ja die figuren sind hier links da sollten wir eigentlich drüber ach so mach nochmal zurück mal zurück 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 nein ich darf das andere warte jetzt lass doch mal kaputt machen okay ich soll dir einen klon hinstellen aber warum kann ich sagen ja ja lass doch mal runter okay immer darüber was bist du denn irgendwas müsste bei dir jetzt die gehen jetzt weiter schöne ist dass er nicht kaputt gehen kann also kaputt gehen schon in dem sinne aber da sind sie und einen müssen wir noch machen okay also hier geht was hoch ja das muss alles hoch gehen damit die tür aufgeht alle drei gehen hoch aber das problem ist wir brauchen ach dein klon muss ich irgendwo drauf stellen stell dich mal auf auf 1 drauf mit deinem klater das zählt wirklich ja ja das mit dem klon auf den klon der ist ja jetzt geht's auf ja jetzt geht's auf so ja aber und tschüss konntest du das mit der zeit manchmal sehe ich so manchmal vergesse ich es wieder das ist echt tricky brauchst aber eine große kuckucks uhr die wir haben das ist ein bisschen so wie keine ahnung so wie harry potter ich denke immer an alice im wunderland hinter den spiegeln aber wo sind die zäunen figuren wo sind wir schon wieder verlieren oh jetzt was ich weiß nicht das Buch sagt etwas über was wir machen wenn wir verlieren die Leute nein er war nur blabberen auf und an über Zeit oh ja hey und ihr agree mit ihm ch magnetic hält it's true you're never at home kotie do you really think i'm choose to be away from home i dunno that's just what it's been like or a long time well it's not my choice what do you mean Ja, da hat er gar nicht so unrecht. Warte mal. Achso, das muss ich... Muss ich das dann machen? Weil du musst ja... Ah, Moment, Moment, Moment. Mein Klon hält das aufrecht, wenn wir das sagen. Achso! Ja, okay, okay, okay. Moment. Ja. War fast so, wie ich es gedacht habe. Oh, die tanzen. Juhu! Ich bin aber hinter deinem jetzt hier. Ist das schlimm? Ja, ich bin hinter deinem, Herr Schatz. Wir brauchen unsere Hilfe los. Er macht sie nieder, wollte ich gerade sagen. Er macht das Feuer nieder. Okay, das war's nicht. Hä, warte mal, was muss ich denn... Achso, da oben. Aber ich muss erst mal... Warte mal, hier oben kann... Oh, ja. Achso, man muss das da rüber machen. Und das Wasser dann da auf die Schlammen. Äh... Äh, irgendwie ist das nicht so... Ach, da! Ja, aber wie soll ich das rüberkriegen? Da gibt's doch oben bestimmt auch noch... Achso, ah, ah, ah. Ja, warte. Ja, warte. Jetzt noch mal weiter. Ja, wo bist du denn überhaupt? Ja, ich steuere das. Nee, ich steuere das gerade. Also, was ich... Du musst die andere Seite, glaube ich, machen. Kann das so jetzt... So jetzt müssen wir zu anderen... Nee, rüber? Du musst noch mal rüber. Ja, genau. Ich fahre hinter denen her. Wo sind die jetzt? Die sind weitergefahren. Da hinten. Da ist was zum Springen gewesen gerade. Ja. Hier ist auch was zum Springen. Oh. Was ist das denn? Äh, geil. Ah, okay. Geh mal... Dreh mal die Zeit zurück. Kannst du das? Warte mal, da hinten ist was. Aber das... Wir müssen die ja auch da drüber bringen, oder? Nee, Moment. Hä? Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Achso. Ich bin auf der anderen Seite. Was bringt mir das jetzt? Kann das sein, dass er da irgendwas machen muss? Also hier müssen wir weiterhin. Okay, das war nicht so gut. Wir müssen die auf jeden Fall erstmal versuchen, da rüber zu kriegen. Also sprich das Ding, aber das kannst du doch, oder nicht? Kannst du das nicht zurück machen? Oh, guck mal, hier kannst du rüber. Ah, okay. Nee, ich weiß, was wir machen müssen. Kannst du mal... Aber ich verstehe nicht, warum du... Nee, ich kann's da festmachen. Ich kann das dann festmachen mit der Zeit. Aber du musst da hinten... Du musst diesen Button bedrehen mit der... Boah, dieser blöde Idiot hat mich runtergeschubst hier. Hallo? Äh, warum geht das nicht? Hallo? Weil schon unten... Hallo? Mann, oh Mann, bitte. Ja, aber warum kann ich das nicht festhalten? Ah, ich... Nee, nee, ich verstehe, ich verstehe. Ähm... Mit welcher Taste... Nee, Moment. Hier kann ich das gar nicht. Äh, wo ist denn der andere Knopf? Den sehe ich gar nicht. Ach so, auf der anderen Seite. Ich glaube, ich muss da hinten hin, wo du bist, kann... Nee, du machst das mit diesem Ding? Ach, es wird mir nur nicht angezeigt. Oh, man sagt das doch. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt! Okay. Okay. Aber hier ist überall was zum Springen, aber ich glaube, das ist nur Fake, ne? Oder ist es vielleicht irgendein Zusatz? Das kann natürlich auch sein. Hm. Wahrscheinlich sehen wir die dann wieder gar nicht. Also, ich kann theoretisch hier rüberspringen, aber bringt mir das was? Jetzt wahrscheinlich nur, um mal einen Überblick zu kriegen über die schöne, schön gebaute Welt. Na ja, da gehe ich da hinten zu dem Turm hoch, aber ich glaube nicht, dass es hier mit dem zusammenhängt, oder? Hm. Können wir hier nichts machen? Drehen oder so? So, aufmachen. Ach, guck mal. Ich warte ja, ich warte ja die ganze Zeit. Aber welch... Ah, Moment, die Uhrzeit von oben. Was bin ich? Ich bin der kleine Zeiger. Warte mal, dann gehe ich wieder zurück. So ungefähr. Oder ist das 10 bei mir? Weiß ich nicht. Du musst ein bisschen mehr. Ja. Ja, siehst du. Genau. Genau. Ich nenne das die Pestpüppchen. Ha. Guck mal. Ich mache das viel besser. Ich benutze meine Beine. Du bist auch... Du hast nicht so viel Kraft in den Armen. Du hast nicht so viel Kraft in den Armen. Ja, genau. Aber wenn du in den rein hast, musst du herausfinden, die Geheimnisse der kleineren Towers. Wer weiß, das? Du hast? Hier ist eine Frage. Warum nicht nur uns in die große Klocktower, direkt? Ja, wir müssen zurückkommen zu unseren Real Böden, schnell wie möglich. Keine Strecke. Ich habe Zeit, das ist eine Illusion. Es gibt nur jetzt. Kannst du es? Es gibt nichts anderes als jetzt. Alles passiert jetzt. 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 Du fühlst es? Meinst du, das wird jetzt ein neuer Abschnitt? Tja, ist schwer zu sagen. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich würd sagen, das probieren wir noch, oder? Das sind ja noch die Püppchen. Ja. Huh? Was macht der denn? Ach, ich muss mit A und B... Ach du Scheiße, wie muss ich denn hin? Ich geh mal zu dem linken Turm. Ach so, ja. Da müssen wir hoch. Ich bin gelandet. Ich auch. Warte auf dich. Du musst Y drücken. Ja, hab ich schon. Ach, du bist auf dem An... Super. Ich komm rüber. Warte. Ach, da bist du! Ach, flitzen kannst du... Mach mal. War das flitzen? Ja. Also war nicht besonders schnell dann. Aber zumindest mit dem landen kannst du... Äh, äh, ziemlich gut finde ich. Äh, warte. Ich will absteigen. B drücken. Also bei mir B. Hä, steig nicht ab. Hallo? Ah, jetzt. Oh je. Ich schätze, wir haben dann einen Cut gemacht. Hast du geschätzt oder hast du den gemacht? Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt noch nicht. Zeit ist... Zeit ist vergänglich. Was war das denn gerade? Ach so. Warte mal. Dann geht Grün weg. Dann geht Rot weg. Also wir müssen warten, bis der auf rot ist. Warte, warte. Nein, nein, nein. Der ist weg jetzt. Hä? Ah, ja. War der noch am leuchten oder was? Nein! Warum springt der denn nicht mehr? Oder ist das doch das, wenn der da ist? Aber eben war es genau andersrum. Immer das, was da ist. So lange ist das da. Jetzt ist Grün da. Jetzt ist Rot da. Und dann ist... Warte, warte, warte. Blau da. Vorsicht. Warte, warte, warte. Warte mal. Hier geht es auch nochmal nach da. Hier kann ich die Zeit noch anhalten. Oh fuck. Ja. Hättest du auch gemusst jetzt. Du kannst halt da hoch gehen mal. Warum auch immer. Da ist ein Knopf. Oder was ist das? Ach, da kann ich... Damit der... Ah, okay. Damit wir alle Farben haben. Da musst du also quasi erst da rüber springen. Und weiter? Warte. Weiter. Nein. War auch zu spät. Es ist dann weg schon. Nee, du bist nur so klein gesprungen gerade. Boah, ist das aber glücker. Nein! Ach, warum... Warum rennt der auf einmal? Der Idiot. Nee, jetzt... Oh, nee. Der rennt der auf einmal? Wie... Warte, warte, warte. Warte. Nein, das ist doch blau. Ach so. Wie ist blau? Das ist grün. Warte doch erstmal, bis der wieder auf grün geht. Blau hast du nur am Anfang. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Da drauf. Ja, das ist schon klar. Jetzt warten, bis der durch ist. Nee, dann weiter gleich. Und dann stehen bleiben. Stehen bleiben. Ach so. Ja, aber dann fahre ich da runter. Ach so. Da muss ich planen. Ah, ja, 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 ja. Okay, ich hab's verstanden. Oh. Nicht wirklich. Fangen mit blau an. Immer noch blau. So, pass auf, wenn ich aber jetzt weggehe, dann ist das Ding gleich weg. So, jetzt. Nein! Doch, warum springt der zur Seite auf einmal? Ja, die Runde davor war mein Fehler. Gebe ich zu. Nein! Nein! Das macht's ja doch. Nein, nein, warte bis es blau ist. Ja, ich hab's wie... Da hab ich nicht gewartet. Ich versteh's nicht. Was muss ich da jetzt machen? Ja, warten, bis sich die Farbe ändert und rüberspringen. Ja, aber das ging ja nicht. Weil du zu früh oder zu spät gesprungen bist gerade. Nein. Doch. Da vorne ist es ein grünes und das grün kommt nicht. Nein, es ist blau. Ja, jetzt ist es blau. Aber ist das Problem... Ja, du musst dann auch dementsprechend springen. Ich kann nicht mehr als hier drauf stehen. Warte mal. Was, 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 was muss ich denn jetzt machen hier? Warte mal. Hast du jetzt gestaumpft? Äh... Achso, ich brauch dann... Achso, ich kann hier die Zeit anhalten. Hä? Das bringt mir aber doch nichts. Ja doch, ich kann das steuern, wie du's haben willst. Auf... Achso, ja, doch, 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 doch. Nein. Ja, geh auf blau gleich. Ist auf blau. Ich hab's angehalten. Warte mal. Jetzt dreh ich's zurück auf rot. Auf rot. Äh... Springen. Warte, warte. 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 Und dann auf grün. Warte. Jetzt. Ja. Hier. Die Glühwürmchen. Die Glühwürmchen. Äh... Okay, das ist wohl nicht so gut, der Strahl. Verglühte. Glühwürmchen. Ich mag nicht diese wehrten Lichter. Sie sehen gefährlich. Ja, genau. Ich glaube, wir können sie nutzen. Usen sie? Was für? Das rausnehmen. Okay. Hä? Also, wir sollen fliegen. So viel hab ich versta... verstanden, aber... Ja, müssen wir nicht erstmal auch zu dem anderen jetzt? Ja, würd ich sagen. Welche Lichter meint die denn eigentlich? Hier sind doch grad... Aua! Was war das? Also, man sollte nicht... Man sollte nicht irgendwo gegenfliegen. Das ist auch nicht so gut. Was war das? Okay. Okay. Hier kann ich... Warte mal... Wir kommen mal hier hin, zu zweit eventuell. Wieso? Wir haben doch schon... Ne, 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 ne. Doch, da steht ja das Zeichen. Lass uns doch mal probieren. Gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Aber es ist ja überall... Warte mal... Ich denke mal, es ist eine bestimmte Reihenfolge, oder? Ach so. Ach so. Das ist ja eine Reihenfolge. Hier ist ein Mond. Hier ist eine... Ach so. Ach so. Ach so. Ja, warte mal. Vielleicht gibt's hier keine Hinweise? Hm. Na, mit Zeit zurückdrehen bringt wahrscheinlich auch nicht viel, ne? Ja, ich hab ja kein Symbol hier. Ach warte mal, doch hier! Hier! Hier ist was, ein Zeitsymbol. Folge mal der Brücke. Das ist wie bei Indiana Jones. Ich lass dich da mal da drüben. Ja. Kannst du da irgendwas machen mit? Naja. Ich denke, da müssen wir dann nachher hin irgendwie, wenn wir das mit den Dingern gelöst haben, oder was? Warte mal! Hä? Aber jetzt geht's dir wieder offen. Ohhhh. Ja. Hätte ich auch vorher drauf kommen. Ach nee! Ach so. Wenn du da hingehst, dann ist es verschieden. Erst wenn du ein Stück weg gehst. Ah, warte. Da stell mal deine Dings hin. Leider können wir dann zurück. Ganz, 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 ganz. Jetzt. Schrei mal um. Genau. Oh Gott. Ist das der finale Kampf? Scheiß. Ach so, das bist du. Das ist... Aber hier ist die Uhr. Und du merkst immer die... Ach, stopp, stopp, stopp. Das ist diese Symbole. Wir müssen gucken... Warte mal. In der Reihenfolge, wie die Uhren sind. Eins, zwei, vier, sieben... Fangen wir mal mit eins an. Drück erstmal auf die Biene. Wo ist denn die Biene? Äh, da. Biene? Dann der Vogel. Äh, die Katze. Ja, und gehen wir dann nach Uhrzeiten oder nach Reihenfolge? Ja. Aber das war falsch. Ja. Ja, es muss nach Uhrzeit gehen. Ja, probier nochmal den Mond und die Sonne. Aber ich denke mal, dass es nach Uhrzeiten ist. Nein, das ist doch schon rot geworden da oben. Das ist schon. Ja, ja. Also Biene. Also Biene. Vogel. Katze. Mond. Schäferhund. Und Sonne. Ja, Tür geht auf. Ach, bei dir auch. Ne, das ist bei dir, oder? Ist nur bei mir. Du bist doch mit dem Klon auf der anderen Seite nur, ne? Ne, ich bin mit mir auf der anderen Seite, mit wem solchen sonst hier sind. Das weiß ich schon nicht. Oh, fancy seeing you again. Well, I thought I'd make time for you. Woo! Immer muss ich warten. Ja, ja, vor allen Dingen, weil ich hier die ganze Zeit im Rödeln bin, bis du kommst, ne? Okay. Jetzt bleiben die stehen. Ja, jetzt bleiben die da. Warte mal, hier hinten ist irgendeine Lebensanzeige, da müssen wir was machen mit. Aber die sind hier unten. Hä? Müssen die fangen, glaube ich, erst mal. Yes. Wie hast du die denn gefangen? Wo sind die überhaupt? Aber du musst relativ nah dran sein. Die waren eben zumindest noch oben. Wo sind die jetzt hin? Ach, da hinten. Und jetzt sind die bei dem anderen Dingen. Ja. Okay. Der ist kaputt. Einer ist kaputt. Genau. Ich geh zum anderen. Hä? Ich kann nicht mehr zielen. Linke Taste. Und dann rechts abwerfen. Ja. Ja. Finde ich auch. Wann bist du jetzt in die Mitte, ne? Obwohl, das sieht ja schon geil aus da hinten. Okay. War doch gar nicht so schwer bisher. Das hätte ich nicht sagen sollen, ne? Hehehe. Okay. Okay. Gut, das Ding müssen wir jetzt öffnen. Kannst du auch nicht zurückdrehen oder so, ne? Ach, wir können ja an den Seiten hoch. Äh, ne. Nicht an den Seiten. Ach, dann gehen wir auf die andere Seite. Das dreht sich. Das dreht sich. Immer weiter, immer weiter, bis das hoch genug ist. Ja, aber... Einfach weitermachen. Wagt nicht? Springen. Ich mach doch schon. Ja. Ja. Ja, totaler Kavalier. Das ist der Müllschlucker. Äh... Okay, wir sind da mal tot. Da oben müssen wir hoch, aber... Ach, da oben. Äh, kannst du es nicht anhalten? Wie denn? Ja, mit deinem Zurückspulen. Nein, es ist keine Anzeige dafür. Ich kann mich ja nicht teleportieren. Ich mein, ich kann mich teleportieren, aber was bringt mir das? Oh, warte mal. Ah! Nee, der hat mich jetzt kaputt gemacht. Ja, ja, mich ja auch, aber ich verstehe. Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen sollen. Warte, warte. Ja, geil. Hey, hurry up! Wow! Oh! Sehr schön. Es ist mir zwar gerade erst eingefallen, als ich das Ding da stehen gesehen habe, aber... Ah, jetzt kommen wir hier nicht rein. An... Nee, dahin. Hä? Ist mir da jetzt weiter? Nee, hier sind wieder... Hier sind Mäuse. Das sind Läuse oder sowas. Mäuse. Drehen wir jetzt richtig um? Ich weiß es nicht. Wenn wir es aufziehen wollen, ja. Ja. Okay. Scheint schon. Irgendwas ist passiert. Ach, wir fahren hoch. Okay. Mein Gedanke war ja eigentlich, ich setze die Teleportation, also den Klon dahin, damit wir, äh, damit sich das Ding nicht mehr bewegt. Aber so geht's auch. Ach so. Sag doch, dass das kein Video ist. Das ist kein Video. Aber man kann auch nicht springen, nix? Nee, aber auch nicht flitzen. Nee, man kann nur gehen. Wahrscheinlich ist das die Uhr oben, ne? Im Turm. Ja. 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 Ja.